hallo und herzlich willkommen werte weltraumfreunde zu einer neuen runde ksp let's play hier auf meinem kanal oklas gaming allianz wie ihr seht wir sind schon wieder ready to go wir schalten direkt unser esser an geben vollschub und dann würde ich sagen auf in die sterne wir fliegen natürlich wieder standardmäßig unseren schön angepassten orbit den wir haben direkt hier an der 90 grad richtung entlang schön entspannt und können in der zwischenzeit jetzt direkt schon mal schauen aha hier oben ist unser habitationsmodul wir setzen direkt mal unser ziel dass wir auch schon wissen wo wir sind und wir sind leider ein bisschen früh dran das zieht ist ziemlich straight über uns das heißt wir sind leider nicht die verfolger im ersten moment heißt für uns dann mit größter wahrscheinlichkeit dass wir ein bisschen länger in unserem transfer orbit verweilen müssen aber ich glaube die zeit kriegen wir doch relativ gut totgeschlagen unser flug ist auf jeden fall schon mal eine gute richtung können jetzt auch langsam mal ein bisschen mehr kippen und zwar ein bisschen viel mehr so dann werden die zwei kanalien hier mal los geschossen und wir müssen schauen dass wir jetzt nicht zu sehr nach außen fliegen aber tatsächlich 300 km ist ja gar nichts aber unsere flugkur ist nicht so schön wie sonst aber das ist ja auch nicht so schlimm weil wir müssen ja auch mal so klar kommen mit vielleicht ein klein wenig problem die soll es ja schließlich auch mal geben eine sache wir haben jetzt hier oben im moment elektrischen strom der relativ zügig flöten geht den muss ich jetzt pausieren weil sonst kriegen wir später hier wenn wir am andocken sind ein problem weil je länger wir jetzt unterwegs sind haben wir später eventuell keinen strom mehr zumindest hier oben bei diesem strom verbraucht sehr wie man sieht zuerst weil es ganz oben ist in unserer baureihe und das könnte natürlich dann zu problemen führen weil ohne strom lässt sich hier ja auch nichts steuern so wir haben hier jetzt unseren bob unseren bild und unsere valentina die diesen flug bestreiten wir müssen jetzt auf jeden fall mal ein stückchen vorspulen dass die auch relativ zügig an ihr ziel kommen wir wollen es denen ja nicht hierzu anstrengend gestalten wir fügen hier jetzt kurzen manöver hinzu setzen das einmal um man sieht schon wir sind viel zu spät dran aber okay kein problem wir bleiben auf unserem manöver punkt haben danach einen schönen orbit der zwar ein bisschen mit der inklimation hinkt aber das kriegen wir auch noch irgendwie gebacken wir sind schon wieder stark am fallen was natürlich für uns ein bisschen kontraproduktiv ist aber wir kommen auf den richtigen weg zumindest sieht es ganz so aus einzige was wir gerade ein problem haben ist die auslenkung unsere unsere unseres kader unserer kadern aufhängung werden wir einfach reduzieren und durch die reduktion hat er gar nicht mehr die möglichkeit so viel hin und her zu wackeln und dort fliegt auf jeden fall um einiges stabiler ist im weltraum tatsächlich auch gar nicht immer so wenig ratsam tatsächlich da die aufhängung so stark runter zu drehen da wir ja hier mit dem reaktionsrad sehr viel machen können das ist eher was tatsächlich noch in der atmosphäre oder wenn man landen möchte dann ist es sehr praktisch so eine starke auslenkung zu haben aber im weltraum selbst solange man ordentliche reaktionsräder hat ist es eigentlich keinerlei problem so und wir sehen wir haben unseren orbit das reicht mir auch schon komplett wir werden jetzt einmal kurz schauen wir schauen jetzt nicht wir sind nämlich nicht auf verfolgerbasis wir könnten mal kurz gucken ob wir hier vorne manöver machen könnten bei dem wir schnell aufeinander treffen aber es sieht eher weniger danach aus entfernt sich auch hier tatsächlich erstmal ein bisschen von uns was halt genau die problematik die ich gemeint habe der punkt war im endeffekt erst vor kurzem wenn wir hier an der stelle sind dann sind wir einmal auf der komplett anderen seite das ist ja aber gar kein thema wir können ja einfach erstmal unsere man inklination anpassen und im anschluss dann einfach ein bisschen vorspulen und über den time warp diese problematik einfach umgehen und eine schöne landung hinlegen und was interessant ist unser habitations modul die sonde von unserer letzten mission die wir ja losgeworden sind die hätte fast einen sehr nahen schnittpunkt gehabt mit unserer transport drohne also schon interessant so wir haben uns gleich ausgerichtet auf den manöver punkte machen natürlich wieder unseren vorspulen manöver alles sind manöver kriegen hier jetzt auch ein bisschen strom wieder oder auch nicht bleiben einfach nur ziemlich genau auf null die ganze zeit aber das ist auch okay so jetzt haben wir noch eine knappe minute das heißt wir können auf jeden fall noch mal per hand ein bisschen vorspulen wir brauchen hier ja nicht ewig auf das vergehen von zeit warten glücklicherweise können rausgehen direkt schub geben ausbremsen und um 0,1 daneben liegen aber ich glaube das geht voll klar ja tut's so dann haben wir jetzt natürlich die aufgabe hier einmal ein manöver so ein bisschen vorzuplanen da ich würde sagen das ist genug platz den wir da ausgesucht haben und jetzt können wir vorspulen und wieder alt bewährt einfach mit dem manöver punkt hinterher rutschen dann haben wir es nämlich direkt schon an der stelle an der wir es haben möchten da sieht man wir kommen immer näher und sind hier auf einem sehr guten punkt so wir werden jetzt hier die geschwindigkeit einmal rausnehmen einmal ein bisschen hin und her ziehen dass wir genau wissen wo der nächste punkt wäre dann ziehen wir mal noch ein bisschen geschwindigkeit raus dass wir einen sehr engen orbit haben dann haben wir nicht so extrem krasse geschwindigkeitsunterschiede hier müssen wir mal noch ein bisschen gas wieder eingeben ein bisschen wieder zusammenrutschen da haben wir es doch schon 8,1 kilometer sagt er mir hier 4 hier hatten wir gerade 0 da können wir ein klein wenig mit der geschwindigkeit spielen vielleicht ein bisschen hier noch mit dem 500 meter ist doch super relative geschwindigkeit von 233,5 meter pro sekunde das geht würde ich behaupten dann richten wir uns jetzt eben fix auf den manöver punkt aus setzen uns hier schon mal auf die annäherungsinformationen dann können wir das da unten auch direkt beobachten wie wo was wann und vor allem auch warum und können uns gleich einmal vorspulen eben auf dieses manöver so wunderbar ja hätten jetzt eigentlich knapp 40 minuten warten müssen wie gesagt glücklicherweise gibt es unseren time warp was ich sehr cool finde ist tatsächlich wer in meinem stream war und das ein bisschen mitverfolgt hat der hat mitbekommen wie wir die drohne benutzen und hat echt gut funktioniert sie ist relativ powerfull weil sie halt extrem viel düsen hat für ihr kleines gewicht das bringt ihr echt einen guten boost muss man mal so sagen und ja wenn ihr das auch mal mitkriegen wollt schon bevor es bei youtube ist unsere experimente dann könnt ihr auch gerne mal in meinem stream vorbeischauen immer live auf twitch jeden sonntag gibt es ksp da wenn ihr aber einfach mal vorbeigucken einfach die adresse eingeben die ihr hier seht oder unten in der beschreibung einfach auf den link klicken beziehungsweise wenn ihr nicht klicken könnt kopieren einfügen und go for it so wir müssen jetzt noch ein bisschen zeit rumkriegen ein bisschen vorspulen das immer hier bei knapp 5 sekunden und instant gas geben keine zeit verlieren schauen uns das ganze natürlich schön auf der außen map an und killen eben die letzte geschwindigkeit raus und jetzt kann ich hier das raus machen und über links unten in der ecke mir genau anschauen wie nah bin ich wie nah komme ich 460 meter super wir waren kurz auf 450 das heißt ich bin schon wieder gestiegen von dem was hätte maximal gehen können so dann werden wir natürlich jetzt als nächstes um das ganze relativ zügig vonstatten gehen zu lassen wir müssen einmal an diesem punkt hier vorspulen und schon mal geschwindigkeitsmäßig vom ziel ausrichten und natürlich rückläufig zum ziel unsere geschwindigkeit nutzen die wir hier zur verfügung haben wir müssen immerhin 235,9 meter pro sekunde rauskillen das ist schon ganz schön was und wird vielleicht sogar relativ eng aber wir sind schon dabei uns ein bisschen zügiger dahin zu bewegen und kurz vorher können wir auch schon gas geben wir richten uns ja auf jeden fall dann auf das retrograde zu unserem ja wunderbaren platz im weltraum unserer raststätte jetzt tatsächlich bald auch mal bewohner kriegt so wir können uns ja immer noch ein bisschen drauf zu bewegen na 400 meter ist ja das wo wir dran kommen da können wir auf jeden fall ein bisschen später abbremsen hier die letzten 40 meter können wir hier kurz vorm ziel schon raus bremsen dann sind wir auch relativ zügig da man sieht schauen und die geschwindigkeit ist vorbei wir sind jetzt mittlerweile sogar schon auf einem kurs der uns ein bisschen wieder entfernt wir sind leicht schneller 0,4 meter pro sekunde ist halt schon doch eine geschwindigkeit man sieht wie die meter tatsächlich ansteigen wir sind ja gleich wieder auf direktem wege unterwegs auf unser ziel ich mache jetzt auch mal das rfs an das kann uns hier direkt ein bisschen unterstützung geben bei der drehung weil wir sind halt doch noch relativ klobig und groß da muss man halt ein bisschen drauf achten so wir beschleunigen wir ziehen uns natürlich auch immer näher ran in die richtung wir ziehen immer weiter aufs ziel dass wir schön straight drauf zu fliegen jetzt sind es 50 meter ja wir gehen mal runter bis auf 30 dann sind wir tatsächlich so nah dran dass wir eventuell schon auf kollisionskurs sind mit 3,6 meter pro sekunde so dann spulen wir wieder ein bisschen vor klar ne zeit ist geld ja beides nicht ein bisschen traurig aber ja und jetzt so knapp 100 bis 200 meter vorher wenn wir mal ein bisschen rauszoomen und auschecken aus welcher richtung wir dann ankommen und vor allem auch wie wir das ganze dann ansteuern müssen wir sehen hier ist unsere seitenluke die müssen wir auf jeden fall mit der front unseres vehikels andocken lassen und hinten das heck das sollte tatsächlich auf der entgegensetzten seite sein so jetzt sind es die letzten 100 meter wir können natürlich jetzt wieder schön gegen unsere raumstation bremsen sind schon nur noch bei zwei meter pro sekunde richten uns natürlich schön mit der flugrichtung aus sind jetzt hier bei unsere null metern pro sekunde und jetzt kommt schon der clou an der geschichte und zwar wir entkoppeln jetzt einmal hier abdocken übernehmen nicht die raumstation das war tatsächlich eher nicht erplanen übernehmen jetzt hier unsere ja unsere kapsel dann wird einmal hier noch das stufen anordnen ein bisschen durchgegangen weil das ein bisschen verquerbar und wir lösen jetzt erstmal ja ja eben unseren docking part so als nächstes setzen wir hier diese undockluke als unser ziel wir steuern natürlich von hier aus richten uns per srs aufs ziel aus geben wir natürlich erstmal ein bisschen gas man sieht wir sind da relativ gut aufgestellt mit der menge an druck die unser rfs hier hat fliegen jetzt mit 0,5 meter pro sekunde erstmal drauf zu und dann müssen wir so ein bisschen zur seite switchen und jetzt negieren wir erstmal unsere geschwindigkeit dann wird hier so ein bisschen die richtung angegeben man sieht schon in welche richtung wir uns da bewegen wir sind immer noch schön ausgerichtet jetzt sieht man auch richtig schön wie sich unser raumfahrzeug mit bewegt und ich werde jetzt auch hier mal schauen wo denn genau unser punkt ist weil ich kann ja jetzt hier über diesen punkt ansagen wo es hingehen soll so wir drehen jetzt erst einmal dann müssen wir eben dieses kreuz an die richtige stelle bringen wir sehen schon wir kommen immer weiter drauf zu jetzt geht es nur noch tatsächlich um so ein bisschen fein tuning dass wir brauchen wir müssen immer ein bisschen gegensteuern jetzt rutscht auch langsam hier alles übereinander wir können gleich unsere geschwindigkeit noch ein bisschen raus killen 0,5 meter pro sekunde so dann sind wir leicht versetzt drüber aber das halb so wild weil unser rfs zieht uns da halt sehr schön ran wir sehen schon wir machen hier unsere kreise jetzt das rfs ausschalte und unser srs ausschalte den haben wir tatsächlich nur über die magnetkraft die verbindung somit ist auf jeden fall ein teil unserer mission schon mal angedockt und jetzt geht es natürlich noch um den zweiten teil der ist jetzt ein bisschen leichter da unser gewähltes ziel eine nummer größer ist also den akkukasten wollte ich eigentlich nicht auswählen und das mobile forschungslabor auch nicht ok dann setzen wir jetzt erstmal kurz unser mobiles forschungslabor als ziel wollte ich gerade sagen oder klappt nicht so ganz wir schieben uns jetzt erstmal wieder in die richtige richtung und bewegen uns aufs ziel zu weil wie man vielleicht sieht sind wir jetzt im moment gerade 100 meter von unserem eigentlichen ziel entfernt aber wir bewegen uns jetzt auf jeden fall wieder drauf zu richten uns jetzt einmal dementsprechend auf unsere flugrichtung aus und nutzen dann wieder unsere rfs um gegen die flugrichtung zu bremsen man sieht schon ist ein bisschen ein hickhack aber das geht schon damit machen wir unsere rfs wieder aus um unsere richtung nicht unbedingt zu verlieren und jetzt geht es dann darum dass wir unsere richtung einmal in so einem bogen am besten um unsere raumstation herum bewegen wo der bogen entlang geht ist tatsächlich sogar ziemlich egal aber man sieht wir haben probleme aufgrund unseres internes deswegen werden wir an dieser stelle hier unser modul abdocken und werden jetzt nur mit unserer drohne bewaffnet den weg in richtung unseres ziels dass wir uns jetzt hier nehmen die andock luke ausrichten und können uns jetzt einmal hier mit drehen wie rum wir tatsächlich die drohne anbauen ist relativ egal aber man sieht schon wir schleudern uns hier schon fast selbst weg aber das gar nicht so schlecht wir können jetzt einfach die richtung so ein bisschen wechseln und drehen uns schon fast vollständig und vollautomatisch entgegen der zielrichtung was wir jetzt machen wird rückläufig so ein richtiger schöner spin und den rest können wir jetzt über unser rfs wieder raus killen können uns auf das ziel einfach ausrichten wir müssen jetzt nur gucken dass wir uns so ein bisschen ordentlicher ausrichten und dann können wir uns einfach mit ein paar drücken können wir uns nach oben bewegen man sieht schon wir fliegen wieder so ein bogen steuert natürlich auch die ganze zeit so ein bisschen dagegen versucht mitzugehen mit der ganzen geschichte ja wir bewegen uns noch ein stückchen drüber dass wir tatsächlich ein bisschen mehr in line sind so und jetzt befinden wir uns direkt im anflug auf unserem docking port mit 1,3 metern pro sekunde werden das rfs einmal ausmachen wobei wir machen es an damit geht es nämlich schneller drehen einmal alles und haben einmal komplett die geschwindigkeit ausgebremst nur mit zwei drei drücken man sieht schon das ist eine ganz andere geschichte rfs ist aus ss ist aus und wir sind angedockt wunderschön wunderbar unsere bohrstation die zu einer tankstelle wurde die zu einer raststätte wurde die jetzt sogar ein drohnenservice hat ist somit fertig ich bedanke mich vielmals dass ihr eingeschaltet habt und lasst mir gerne ein like da lasst mir gerne ein abo da und wir sehen uns das nächste mal bis dahin haut rein ich würde sagen sie ja bis dahin haut rein bis dahin 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 Vielen Dank.